So, für mich geht es jetzt ins Fachstadion zum Berliner Pokal zwischen BAK und BFC und ich nehme es jetzt einfach mal mit. Und jetzt macht einmal richtig lang, denn hier ist für euch der BAK! Jetzt eine Trampfe! Applaus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Tor in der 83. Minute für BFC, der neue Spielstand 1 zu 1. Tor in der 83. Minute für BFC, der neue Spielstand 1 zu 1. Tor in der 83. Minute für BFC, der neue Spielstand 1 zu 1. Tor in der 83. Minute für BFC, der neue Spielstand 1 zu 1.